Ah, schon wieder Werbung. Aber ui, da ist es wieder, das Superhero-Müsli von Megalecker. Das sieht echt köstlich aus. Damit Lola direkt diese Gedanken hat, hat die Werbung einige Tricks auf Lager. Trick 1 Wiederholung. Je öfter Lola das Superhero-Müsli und auch das Zebra dazu sieht, desto mehr bleibt es in ihrer Erinnerung. Damit das noch besser funktioniert, gibt es die Werbung auch im Internet, in Online-Spielen und auf Plakaten. Trick 2 Wortwahl. Das Superhero-Müsli ist laut Werbung vollgepackt mit Vitaminen. Das klingt ziemlich gesund, obwohl darin ziemlich viel Zucker enthalten ist. Trotzdem denkt Lola dadurch, das Müsli kann nicht schlecht sein. Trick 3 Spiegelneuronen. Spiegel was? Die Spiegelneuronen sind Gehirnzellen, die für unser Mitgefühl verantwortlich sind. Lacht zum Beispiel jemand, lachen wir super oft mit. Genau diesen Effekt nutzt die Werbung. In der Müsli-Werbung ist die Stimmung super. Alle sind gut drauf. Die Spiegelneuronen machen, dass wir genau das mitfühlen. Und dieses gute Gefühl verbindet unser Gehirn dann automatisch mit dem Produkt. Auch bei Lola funktioniert dieser Trick. Sie schreibt das Superhero-Müsli direkt auf den Einkaufszettel.